Es kommt ja nicht, sagtet ihr. Äh, später. Oh, der war halt. Gut, Meisterschaft starten. Den, gleich den ersten, den... Ja, äh... Den BMW, wo es ne Competition ist, den zu fahren. Ja, der ist wirklich schlimm. Ne Competition, den zu fahren. War das das Bremsding, oder was? Nö, 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 nicht. Das war das Ding, weswegen der Rennsack bei mir letztes Mal ein Problem war. Gibt's halt eigentlich irgendein, woran es lag, oder einfach so zufällig erzählt? Ich hab die... Ich hab die Meisterschaft neu erstellt und dann ging's. Ach, richtig, hat's ja geschrieben. Also, keine Ahnung. 0 Uhr 7, okay. Aber es ist dunkel sein. 0 Uhr 7, da bekommt man natürlich, äh... Das ist die beste Zeit, um sich in den BMW zu setzen, der nicht lenken kann und den Werk runter zu fahren. Wir schauen uns ja erstmal die Strecke noch an, wir müssen ja noch auf dich warten. Aber ich bin froh, dass ich das Problem dann doch so leicht lösen ließ, weil sonst hätte ich echt nicht weiter gewusst. Ja, einfach ein anderes Rennen, andere Strecke, fertig. Das wär Bullshit gewesen, ich hätte... Das wär bei... Wenn's bei euch geht, dann liegt's ja nicht am Spiel. Dann wär die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass es noch mehr Strecken betrifft. Dann nehmen wir die halt auch nicht. Nee, das ist Bullshit. Wir sind wo? Ich hab jetzt voll vergessen, in welchem Land wir waren. Dann weiß ich... Das geht mir jetzt nur, damit ich das richtige, äh... Ding insladen kann. In Valess. In Valess. Ja. In Valess. Behauptet nicht einer, ich hätte das falsch ausgesprochen. Nein, nein. Das ist genau richtig. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht wieviel Stunden du noch brauchst. Wir warten noch auf dich. Nee, ich muss doch den Ersatzreifen rausschmeißen und dann geht's los. Wieso, den brauch ich bestimmt. Start. 30. Mit du mal einen mit und dann kannst du den auf der Strecke rausschmeißen und dann brauch ich den. 30. Viel Glück. Das ist auch so die Idee da. Ich weiß, warum das nicht ging. Weil der PC wollte mich davor schützen, dieses Auto auszufahren. 5. 4. 3. 2. 1. Los. 30. Mit die Palt in über Gruppe. 30. 6. Rechts. Über Gruppe Lang. 3. In 2 Links Lang. Mach 2. Da sind auch Nibirn dran. Also das ist das. In 4 Links Lang. In 3 Rechts. Über Gruppe Lang. Mach 2. Aua, aua. Nein. Ich habe jetzt einen Scheife. Ääääh. Nicht der Baum. Nicht der Baum. Ich habe jetzt schon Scheife gebaut. Wobei ich jetzt auch überlegen musste, ob ich schon mal wirklich gewusst gemerkt habe, dass ich ein Virus hatte. Ich glaube, ich hatte angeblich schon mal einen. Oh, mach mal die Technik von mir. Mach zu, in Abfall, kehre links, macht auf. In vier links, über Kuppe, in Abfall, zu rechts. Er ist aber ein bisschen slyly unterwegs, ey. Ein bisschen ist gut, den kannst du ja nicht mehr gerade halten. Fünf rechts, in fünf links. In sechs rechts, so fast drei links, über Kuppe lang, macht zu. Einhundertfünfzig. Sobald mehr als zehn Grad ein links dreht, ist hier schon... ...macht zu, in drei links, innen halten, übersprungen. In vier rechts durch senke, macht auf, über Kuppe, 60. Ja, könnte ich bitte jetzt mal aufhören, diese Stand zu trutschen. Danke. Reicht schon, dass mir jetzt ein Licht fehlt. In sechs links, über Kuppe, Welle, in vier rechts, macht zu. In fünf links, über Kuppe, in vier rechts lang. Ich traue der Karre so da nicht, ey. Mal davon ab, dass ich gerade nur noch einseitig sehe, lichtmäßig. In drei rechts, macht zu. In vier links, macht auf, über Kuppe, 30. Sechs rechts durch Tor und Sprung. In fünf links lang. Jetzt habe ich mich wieder drin geholt. In vier rechts, in vier rechts, 50. Durch Tor, fünf rechts, in fünf links. In drei rechts, über Kuppe lang, macht zu. Man muss viel dran gewinnen, dann geht's auch wieder. Also die Reichweite von dem Abnet nicht, ist hier aber auch so ne Sache, oder? In zwei links, über Kuppe und Sprung, macht auf und macht zu. Doch, nicht. Hast du schon mit der, der Licht hat dann gehört? Wahrscheinlich. Also mir fehlt nur eine Seite nicht. In vier rechts, macht zu. Und wenn du nicht so weiter fahre, gehe ich weiter. Da kann ich mich jetzt nicht beklagen, oder? In drei rechts, macht zu. In fünf links, in vier rechts lang, macht zu. Nee, aber ich hab schon Licht, also zumindest auf einer Seite. Links halten, zu 30, mittig halten, übersprungen, in vier rechts lang, macht zu. 50, don't cut, drei links, macht zu. Warte, ich bin wieder auf der Strecke drauf. Ja, und ich bin auf der Strecke bleiben, danke. In drei rechts, übersprungen, in fünf links. Ich will auf der Strecke sein, nicht immer am Rand. Und drei rechts lang, macht zu. In drei links lang, macht zu. Das weiß ich nicht, das verliere ich auch noch. Macht auf, über Kuppe. Alter, was mach ich denn hier für'n vulkeren Schatz? In fünf rechts lang, macht zu, vier. Ja, und die ist natürlich schon wieder fertig. Na, immer doch. In sechs links, und drei rechts lang, macht zu. Warte mal, warum will ich pünktlich angefangen haben? Er hat das schon geübt, damit er performen kann. 50, drei links lang, macht zu. Deswegen, das Mikrofon aufbauen war noch zwei Minuten beendet, aber er war doch lange nicht fertig mit dem Fahren. Langsam, links halten, für 70, abzweig verdeckt, kehre rechts bergauf. Hey, ich musste mal einfach. In Kuppe, und zwei links lang, zwingen auf. 60, überzielt. Ich hab' vorhin die ganzen Setups tatsächlich gemacht. 80, stopp. Da war ich persönlich auf dem Klo, musste kacken. Das ist auch ne Info, die man wissen wollte, was so auf dem Klo gemacht ist. Ja, das ist ein wichtiges Detail. Danke für diese... Boah, das ist wirklich... Dadurch wisst ihr, dass der Klo... ...und wahrscheinlich genug in dieser Erwältungsprüfung geleistet, um die Radie zu gewinnen. Das war so, man kann sich ja schließen, weil es ja... Also ja, es gibt mehr als zwei Möglichkeiten, was man auf dem Klo macht, aber 99,9 Prozent... Da fallen dann zwei Sachen rein, also... Wie, er kackt! So, ich hab' hohe Motor-Zemperatur, yay! Ja, hätte ich nicht 20 Sekunden in diesen blöden Baum gestanden, dann wär's so ne bessere Zeit gewesen. Ich hab' schon viel Scheiß am Anfang gebaut. Naja, was soll's. Rini ist ja nicht mehr im Clan, ne? Konkurrent ist... Ach, Rini ist gar nicht mehr dabei. Nee, ist ja einfach abgehauen. Wer wenigstens was sagen kann. Nö... Kennen wir doch schon, wie die Leute einfach sich irgendwann nie wieder melden. Ja, aber dann wenigstens konsequent gleich gehen und nicht einfach nur ghosten, ne? Ja, er hätte ja zumindest, bevor er von dem Plan abhaut, ihr Bescheid sagen könnt, dass er geht. Ja, das seh' ich auch so. Und nicht einfach tonlos, ja, auf einmal weg. Ach, jetzt wird's weiß. Und das noch mit dem Golf Kitka. Oh nein. Er ist auch nicht gerade das, äh, schuld zu fahren, der Auto. Damit drehst du dich zwar nicht, aber dafür kriegst du keine Kurve. So, ich fahr' dem GTI mit diesem komischen, äh, Mantas. Also Golf, ne, wisst doch Bescheid. Ja. Ja, Golf! Kitka! Fahr'n GTI mit diesem komischen, äh, Skin, den man sonst bei Mantas hat. Das, äh, also wenn schon das richtig. Ach, das ist auch nochmal so ne lange Strecke. 0.07! WRC 23 ist das ne kurze Strecke. Und wir fahren ins beschneite Wärmland, warum auch nicht? WRC 23 gibt's sogar noch 35 Kilometer Strecke. Ach du Scheiii! Oh, 34, äh, das ist... Und 20 Kilometer, und 16 Kilometer, und 12 Kilometer, und 17 Kilometer, alles dabei. Was ist das hier? 11. Hahaha. Okay. Und das ist für Eco-Engine eine lange Strecke. Aber da das neue WRC ja in... Also das neue WRC ist ja quasi die Autorallye 3 sozusagen. Auf der Unreal Engine läuft, äh, sind jetzt längere Strecken möglich. Und das hat Codemassers auch zu... äh, total ausgenutzt. Die wollten ja eigentlich vorher schon längere Strecken machen, aber war eine Engine-Limitierung, dieser Ego-Engine... Musst du die Karre noch zusammenbauen, oder was machst du da denn? Ich zeig doch immer die Setups im Video, das war... Ach, die, die man bei mir nie sieht. Start mit 6 rechts, 50, 3 links, macht zu. In 6 rechts, macht auf. In 3 links... Ich weiß nicht, dass es jetzt toll wäre, aber es ist besser. Deutlich besser zumindest. In 4 rechts, macht auf. 50. Kuppe voll. 50. 4 links, macht zu. In 3 rechts, extra lang, macht auf. Über Kreuzung. Das musst du dann auch von so einem Reiskocher erwarten. In 3 links, über Kuppe. In 5 rechts, und 4 links durch Senke. Macht auf, über Kuppe. 40. 4 links, 40. 5 rechts, macht zu 3, extra lang. 40. Ja, hier musst du kurbeln, ne? Kurbeln. 3 links, macht auf. Extra lang, macht zu. In 3 rechts lang. Kurbeln ist die richtige. In 6 links, über Kuppe macht auf lang. 30. 3 links, über Kuppe. 60. Immer tu mit dem auch kurbeln kannst der, der dreht sich da durch. 3 rechts, sehr lang. Aber du musst es auch tun, weil er so untersteuert. 6 links, über Kuppe. 30. Mit die kalten Über Kuppe sprung in 6 rechts. Und 3 links lang. 3 links, lang. In 3 rechts, macht zu. 50. Über Kuppe. In 3 links, macht zu. 50. Bei dem nachher glaube ich doch ein Getäckertrieb, oder? In Gabel. 3 rechts, macht zu. In 5 links. 100. Über Wellen. 4 links, sehr lang. Mach zu. Hatte sie keinen Bock mehr. Einfach eine andere Person. Und 4 rechts, eng. Und links halten für 30. 4 rechts, innen halten, über Kuppe. 30. 3 rechts, über Kuppe. Macht auf. Sehr lang. Macht zu. In 3 links, sehr lang. Macht auf, mittig halten, über Kuppe. 50. 6 rechts, übersprung, maybe. 30. 30. 5 links, über Kuppe. Aber, gut, natürlich hätte ich da. 6 rechts, in Achtung. 6 links, macht zu. Ja, den wirst du aber nicht bekommen. In 3 rechts, eng. 50. Recht halten, über Kuppe. 40. 3 links, macht zu. In 4 rechts, durch senke lang. In 6 links, sehr lang. 2 links, sehr lang über Kuppe. Von Kuppe, 650. In Achtung, 4 links, mach zu. mit KI ist es ja sogar möglich wie ich euch in der Boxkasse gezeigt habe eine facecam zu haben ohne greetskriegen und trotzdem die umgebung weg zu haben 40, 06 links, macht auf über Kuppe lang, 60, rechts halten über Kuppe, in 4 links macht zu, in 4 rechts lang macht auf, mittige halten über Kuppe, Achtung 30, 2 rechts lang macht zu die E-TX-Karten haben die Sensorkelne noch nicht macht auf, 50 Kuppe in 6 links lang, macht zu, 2 lang und den ganzen KI-Kram ja zuständig, das hat eben erst die RTX-Karten aber eine RTX-Karte ist groß zufrieden, facecam, kein Grün-Screen mehr, wenn wir den Winterraum weg haben 15 ist 4 links eng, sehr lang und wie geil das bei Rafa funktioniert hat, das ist so unglaublich oder? es hat einfach funktioniert in 6 rechts, 60, 6 links trotzdem ist Talski immer noch manuell und nicht ohne KI reingrätscht, Talski immer noch besser also ich will eine KI grundsätzlich in keinster Weise schlecht reden verstehe mich da auch nicht falsch in 5 links lang, zu über Kuppe, in 5 rechts über Kuppe, in 5 rechts über Kuppe drauf, bei Kreuzung ist manchmal noch ein besseres Keeing wenn du es nicht eingestellt hast, logischerweise in 6 links, in 2 rechts, 3 rechts lang ja, aber das ist, was Rafa da hatte, das war nicht mit dem vergleichbar, was man jetzt bei Teams bei erarbeitet hat oder so also, 30, 4 links über Kuppe, in 6 rechts lang weil die KI hat ja sogar bedacht, dass der Stuhl noch mit Beigleidung groß ist und Senke macht auf, 6 über Kuppe, 40, 4 rechts macht auf über Kuppe, in 6 links, 30, also, sowas krasses Kuppe und Gabel, 4 rechts macht zu macht auf über Kuppe, 50 rechts halten über Kuppe, in 6 links, 70 das einzige, was denke ich, von der KI hinkriegt ist dass du, als jemand, der das manuell macht sich an eine kleine, einzige Regel halten musst weil es sonst sehr weird wird zum Beispiel, wenn du was Grünes hinter dir hast, solltest du nichts Grünes tragen ja gut, das ist ja in langsam 4 links, in 2 rechts, macht zu 50 frühe 4 links, über Kuppe lang in 6 rechts in 5 links, sehr lang, macht zu 4 ich meinte als Beispiel, wenn du das so machst ganz normal noch weg hieß in 3 links lang, macht zu, macht auf 60 frühe 6 rechts, nach zu, über Kuppe und Sprung 60 ja, aber das wird der KI, also ich denke schon 5 rechts, über Kuppe, in 6 links, 50 3 rechts, macht zu, um 3 links, macht auf 6 lang, macht zu in 3 rechts, macht zu in 3 rechts, macht zu ich erinnere dich doch, ich erinnere dich doch nur an die KI-Songs dass jemand anderes angeblich einen bekannten Song singt, oder so bitte ja krass ja krass wobei du aber auch manchmal noch merkst, dass da noch ein bisschen in die Strauchung kommt weil du merkst, dass bei manchen niedern, dass da so ein kleiner Voice-Crack drin ist dass da, da merkst du, dass das Computer generiert ja noch links halten, übersprungen in 6 rechts wobei es gibt ja auch nicht so ein Typ, wo der das da ab und zu erwacht also mit der, der hat das und das geschrieben also mit Rammsteins Stimme klappt sehr erstaunlich gut 4 links, macht zu, macht auf, über Kuppe, langsam 30, ab 2 verdeckt, 1 rechts, macht auf, 50 wow, ja das sah, oh Gott ja, aber so einzigartig würde ich Rammstein jetzt auch, wenn der so strahlmann ist ja schon recht gehend in 6 links, 70, Kuppe lang in 6 rechts, über Kuppe sprung und sprung in 4 lang, durch Senke oder hier, wie heißen diese da, hier in 6 links, 100 6 links, extra lang, über Kuppe in 6 rechts, 80 ich hab's irgendwie vermisst rechts halten, über Kuppe in 3 links, macht zu macht auf 100, über Kuppe und 5 rechts lang, macht zu ja, wär ich da reingefahren, dann hätte er wahrscheinlich 30 Sekunden 50, 6 rechts übersprungen und mit der kalten Übersprung 150, 70, 80, über Ziel 50 50 3 links bis stopp kurze Info, ich hab keine einzige Strafe ja gut, dann ist auch erledigt ich hab ein gutes Gefühl, aber warten wir auf die Zeiten also wenn die Schneewand nicht gewesen wäre, dann hätten die Bewohner mein Auto in ihrem Haus drin gehabt ja, die letzte Gruppe, bevor man zum Marsch fährt ja, dann schau mal wie das hier aufgerät der ist dann nicht mehr gefahren ja, da war ein Haus also wer der Schneewand, wie gesagt, da nicht gewesen, ne wir hätten die neues Auto gehabt, aber in der Wohnung die hat einfach keiner Strafe wow, kein Fahrzeug an, okay, interessant ja, auch immer du das geschafft hast, ne ich bin mal gespannt, was für Schaden es gab obwohl ich mit 100 in den Schneewand gefahren bin Fahrensmeldung na gut geringer Karosserieschaden das ist nämlich wenig das ist nämlich wenig den Porsche 911 SCF ach nein das Ding fährt sich schwierig ach, jetzt kommt der Hackantrieb davon wisst ihr, was da schlimmer ist er meint ja, der Mustang fährt sich scheiße den fahren wir später komplett auf Spanien ja, der Mustang ist das Problem die Bremse, ansonsten geht der aber die Bremse, die ist eben das Problem der bremst nicht du musst eben so tun wie bei Nice mit 90% Bremsschaden dann klappt das wie gesagt, jetzt der Porsche 911 SCF ja, typisches Porsche Verhalten Australien typisches Porsche Verhalten Achtung, ne typisches Porsche Verhalten das Heck kommt so, wo haben wir ihn denn äh, noch gar nicht ne, noch seh ich äh, danke äh, da, der letzte ich glaub, es ist der das nehm ich sogar ich glaub der RGT war angenehmer zu fahren als dieser Porsche es gibt ja noch den Porsche RGT und dann gibt's ja jetzt diesen hier und ich glaub dies und diesen hier sind wir ja noch nicht gefahren älter das Ding ist ach und wieviel fahren wir es denn diesmal wieder um 0.07? ne, um 13.59 ich freu ihn hier sieht doch hübsch aus aber schnell ist er äh, mal kommen mal kommen äh, endlich aber immerhin mein Tag das ist doch schon auch mal was wert äh, in Australien ach, zack 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 ok, gezeigt reif noch weich kein Reserve und starty boy irgendwann, äh, irgendwann äh, irgendwann, äh, braucht er den dann doch und verfügst, dass er den nicht genommen hat auf der Brücke eng viel Glück Irgendwann oh hat äh, der Alte dich grade übersprochen 5 4 3 2 1 äh, los 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 hold' los bleib los das bleib los das ich wusste es ich wusste es, sollte das sagen 12 4 0 1 10 auf Schotter 30 4 4 8 ok ich wundere, dass ich das erlebt habe 5 links lang, übersprung maybe, langsam 30, 5 links lang, mach zu 4, in 5 rechts über Kuppe, 30. Oh, ich bin auf dem Teil auf der Brücke drauf geslidet. Also der Unterboden hat sich gefreut. Ja, was war denn das für eine Logik? Frisst, klebt nur kurz an der Wand und dreht sich weg. Er hat sich ja in die Wand komplett reingefressen. In 4 rechts, macht auf über Kuppe, 30, 2 links, macht zu, don't cut, in 2 rechts, macht auf über Brücke eng, 80, 6 links lang, macht zu, in Kuppe voll, 150, 5 rechts lang, macht auf über Kuppe, in 6 links lang, über Kuppe, in 6 links lang, über Kuppe, sonst kann man uns jetzt nicht so schlecht reden, also, deswegen. Und 6 links lang, macht auf über Kuppe, 30, 5 rechts, in 3 links, über Kuppe, don't cut, in 5 rechts, über Kuppe, macht auf lang, 30, 5 rechts lang, macht zu, 4. Ja, ich hab gut eingeparkt und weiter geht's. Ja gut, äh, ich weiß nicht, was du's wusstest, aber wir haben hier ein Rennen und kein, wer parkt am besten. Ja, ich war zu schnell, in 4 links, macht auf über Kuppe, in 4 rechts, macht zu, ja ja, natürlich, aber gibt es das? In 5 links lang, macht zu, 2, cut, macht auf, 30, 6 links, in 4 rechts lang, in 4 rechts lang, in 3 links lang, macht zu, don't cut, Nein, was wusstest du? Nein, was wusstest du? Karre, Karre, komm. In 4 rechts lang, macht auf über kleine Kuppe, 30, Kuppe in 6 links lang, macht zu, macht auf über Kuppe voll, 120, 3 rechts, macht auf über Kuppe, in 6 links, 50, Achtung, 2 rechts, macht zu, In 2 links, macht auf, über Kuppe, 80, 6 links, über Kuppe lang, macht zu, nach Kreuzung, bleibt sehr lang, und Achtung, macht zu, 2, 30, 4 rechts lang, macht auf, über Kuppe, sehr lang, wachig, wie das doch mit Kontrolle da gehen soll, Achtung, langsam, 30, 5 links, lang, über Kuppe, macht zu, 2, macht auf, 50, 6 rechts, macht auf, 80, voll mittig, über Kuppe, 50, 5 rechts, macht zu, macht auf, über Kuppe, 80, kleine Kuppe voll, 150, zu deiner Frage, 6 links, macht zu, 5, 80, langsam, 5 rechts, ich meinste wegen deiner Sache, wegen Controller, macht auf, 30, bergab, 4 links lang, macht zu, macht zu, macht auf, über Kuppe, 30, will ich halten, über Kuppe lang, 30, 15, ich kann generell nicht, genau, ich kann generell damit führen, das ist sowieso, ne? Also, dass mir da das G fehlt, ist eine Sache, aber dass man es damit noch schafft, also, eine richtige Simulation ist es ja nicht, aber dass man manche Leute das damit sogar noch hinbekommen, als Sector Corsa und Project Cards und sowas zu spielen, das verstehe ich nicht. Aber es hat sich schneller angefühlt. Ja, aber die Konsistenz der Zeiten leidet enorm von Controller, also, es hat ja tatsächlich welche getestet, die beides sehr gut können, und haben das mal verglichen mit Controller, und ob man mit Controller zumindest gleich gute Zeiten fahren kann, oder so, und wie die Konsistenz ist und so, ja, so, gute Zeiten waren durchaus auch mit Controller machbar, aber die Konsistenz der Zeiten war extrem variabel, und bei Lenkrad wesentlich, aber das ist auch klar, weil du hast ja bei Lenkrad wesentlich mehr physikalischen Weg, also, ja, das meine ich ja ... 21 Sekunden-Strafe?! Oha! Ja, ich hab mich am laufenden Band überschlagen, und ... Ich sag mal, Steve, wie hättest du nicht sieben Zähne langsamer fahren können oder sowas? Wann habe ich dich denn überholt? Hat so einen kleinen Reifenschaden am Ende. Ja, den Auspuff, den habe ich mir garantiert beschädigt, als ich mit meinem Heck, bei diesem roten Zielding, mit dem Heck reingefahren bin. So Leute, als nächstes der Zitrün C3 R5. Der fährt sich gut, der fährt sich verdammt gut. Da hatte ich sogar noch ein Setup für gehabt. Ja, das ist ja auch ein R5, die gehen ja meistens einigermaßen. Da hatte ich auch ein Setup schon für gehabt. Same, also wir sind den wohl schon mal auf Deutschland gefahren. Endlich mal die Situation, dass wir schon mal ein Setup haben. Zitrün, wo bist du denn da? C3 R5, so, welche Farbe nehmen wir denn für dich? Ja. Ach, ich nehme mal dieses Grün hier, das sieht interessant aus. Harte, dass es niemand sehen kann. Ja. Beim Rutsch, Bärkoll. Alter, wie viel? Hier gibt es aber Abkürzungen. Also, wie viele Kurven willst du? Deutschland denkt sich so, ja. Aber Kurven kann er ja. Dann schauen wir uns erstmal ein bisschen Deutschland an, bevor wir es irgendwann fahren, weil Tomita braucht ja noch. Ja, es zieht sich noch. Also, wir hatten schon mal ein Rennstach ohne dich. Du glaubst gar nicht, wie schnell der ging. Kopfsteinpflaster, glatter, zweit, Beton. Ah, er ist so weit. Überspringen. Du. Deutschland. Reifen. Weich. Du kannst ja auch Regen aufziehen. Ja, so weit kommt es doch hier, weil, äh... Start. 60 über Kuppe. Abzweig verdeckt. Zwo links. Don't cut. Viel Glück. Viel Glück. Die Wolken sehen ja nicht gut aus, Tomita, ne? Fünf. Vielleicht hättest du doch Regenreifen draufsetzen sollen, ne? Zu, ein, los. Da oben steht, ey, vielleicht ist das die erste, die die Strecke braucht. Zwo links. Don't cut. 280. Was ist das denn hier von der Anfangskurve gewesen, ey? Abzweig. Engelkehre rechts. So schlimm wie die Letzte. 100. Kuppe vorne lang. 120. T1 links. Über Kuppe. T1 links. Aha. Ja. Ja. Mach auf lang. Mach zu. 1 links. Abzweig. Über Kuppe. 300. 6 rechts lang. In 5 links. 120. 5 rechts lang. Mach zu. Langsam 30. Abzweig. 2 links. Don't cut. 30. Abzweig. 2 links. Don't cut. Kopfstand pflaster. 150. Vor links. 80. Rechts halten. Über Kuppe. Nein. Langsam 30. Gabel eng. 3 links. Ach, toll. Aber wo ist ein Schauer? Abzweig. Engelkehre rechts. Das war eine 4 Sekundenstrafe, die ich eingeheimst habe. Yay. Ja, ich auch. Ich habe schon Zuschauer, weil eigentlich habe ich ein Schöses gemacht, aber... Abzweig. Ich bin so froh, dass ich die Zuschauer aus habe, dann seht ihr den Scheiß hier nicht. In 1 links. Abzweig. Don't cut. Macht auf. Langseng. In 6 rechts. Ah, mir sind die auch nicht an, weil ich es nicht will. Langsam 6 rechts. Ich bin so froh, dass ich die Zuschauer aufhören habe. In Abzweig zu links. 1 links. Kopfstand pflaster. Macht auf. Äh, haben wir bei jeder 90er Gruppe Kopfstand pflaster oder was, Deutschland, man ist mit euch. 80. Abzweig. Kehre links. 40. Kuppe voll. 150. 40. Da habe ich komplett gerade die Kontrolle verloren. Das war die zweite Strafe. Ich weiß gar nicht, ob ich schon eine Strafe habe, aber ich kenne die Schuhe. Mittig. Über Kuppe. 60. Eng. 4 rechts. Macht zu. Das krasse ist ja, wenn man sich unten die Geschwindigkeit hat, eigentlich schnell fährt dann nicht, aber mit dem fühlt es sich teils schnell an, ich weiß nicht wieso. Abzweig. Kehre links. 150. Mittig halten. Über Kuppe. 60. Abzweig eng. 3 rechts. Macht zu. In Abzweig. Enge kehre rechts. 80. Voll links. Über Kuppe. 200. Langsam. Links halten. Über Kuppe lang. 30. 30. Abzweig. Kehre rechts. Macht auf. 4 rechts. Über Kuppe. In Abzweig. Kehre links. Don't cut. Okay. 4 rechts. Klar. Noch eine Strafe. Natürlich mehr. 80. 6 rechts. Über Kuppe. Sehr lang. Macht zu. 30. Also ich sammle gerade Strafen. Ich bin schon bei drei Stück insgesamt. Machen zu. Macht auf. 30. Don't cut. 2 links. 180. Da lang. Gabel verdeckt. 4 rechts. Habe ich das schild nicht mehr mitnehmen. Danke. 6 rechts. Über Kuppe lang. 8 zu 4. Langsam. 30. Sofort Abzweig. 2 rechts. Und Abzweig. 2 links. 80. Wenn ihr dich schon drehst, dann doch wenigstens in die richtige Richtung. 6 rechts lang. 70. Abzweig verdeckt. Kehre links. Wenn ich sowieso schon betriff bin, wieder auf der Strecke zu fahren. In 6 rechts. 70. Abzweig. Kehre links. Ich muss das in Ruhe blasen machen. Das ist dann die scheiß Straße dazu geben. Macht auf. Über Kuppe. 100. Abzweig. 2 rechts. Langsam. Kuppe in Abzweig. 2 rechts. Macht auf. 140. Deswegen ist es eigentlich blöd, wenn man die nicht sieht. Dann könnt ihr ihn ja ausweichen. Das ist halt der Wahnsinn, dass nur das Zuschauer Performance-Probleme vorursachen. Das kannst du keinem erzählen. Wirklich. 50. 6 rechts lang. Macht auf. Über Kuppe. In langsam. 5 links lang. Da ist ja ein VR Performance-Probleme. Verzüchte ich die natürliche Amelieus. Du, ich hab die doch auch aus. Abzweig verdeckt. 1 rechts. Über Kuppe macht zu. 200. Kuppe voll lang. 100. Abzweig verdeckt. Don't cut. Kehre rechts. In 5 links lang. 50. Langsam. Abzweig verdeckt. 1 links. Don't cut. Über Kuppe. In voll rechts. In 5 links lang. Falsch rum eingelenkt. 40. In voll rechts. Ja, natürlich. Danke. Gib mir die Strafe. Ich wollte die Wände. Ist okay. Gib mir halt noch mehr Strafen-Spiel. Wirklich. 6 rechts lang. Ich bin auch nur falsch gefahren. Ja, weil ich wieder mal nicht zugehört habe. Ist auch geil. 6 links. Über Kuppe. In 2 rechts. Abzweig. Macht zu. Über Kuppe. Abzweig verdeckt. Abzweig. 2 rechts. In 5 links lang. Macht auf. 150. Kuppe. In 6 rechts. 140. Achtung. Kuppe. Abzweig. Don't cut. 2 links. Macht auf. 50. Über Kuppe. Abzweig. Kehre rechts. 50. 6 rechts. In Gabel. 4 links. Er hat nur 11 verloren. 50. 6 rechts. Über Kuppe. Macht auf. Langsam 30. Abzweig verdeckt. 1 rechts. 3 links. Macht auf. Rechts halten. Für 50. Abzweig verdeckt. Engelkeere links. Don't cut. 50. Kuppe. In Abzweig. 2 rechts. Don't cut. In 6 links. Über Kuppe. 50. Abzweig verdeckt. 2 links. Don't cut. 80. Über Ziel. 2 links. Macht zu. Bis Stopp. Oh. Dein Auto sieht vorne nicht so gesund aus. Zumal. Darum gucke ich nur von hinten an. Ja du wusstest auch nicht wo es lang geht. Beendet oder rechts. Gut gemacht. Ja du sollst dir vielleicht rechts umgehen. Achso da. Das sieht vorne echt so fest aus dein Auto. Ja. Ja etwas. Genau da bin ich auch fett gerade ausgescheppert. Keine Ahnung warum. Ich habe gelingt. Ja. Bei ihm war es wohl eher der linke fehlende Reifen. Das sieht aus als. Das sieht so aus als. Ja das stimmt. Also ich wusste ganz genau wo ich hin muss. Das war nicht das Thema. Boah ich habe irgendwann aufgehört. Such zu hören. Aber ich habe voll den Kattel nach links eingeschlagen. Und es hat trotzdem nichts gebracht. Oh da waren Steine. Da auch. Das war derselbe glaube ich oder? Nein. Er hat zwei verschiedene Steine erwischt. Jetzt soll jeder was abbekommen. Puh er hat 14 Sekunden Strafe. Oh Stevie hat 16 Sekunden. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht wegen meiner 4 Sekunden Strafe. Ne. Ich habe gesammelt. Ich habe gesammelt. Ich habe nichts Böses gemacht. Ich muss wohl irgendwie den Zuschauer getroffen haben. Keine Ahnung. Na das wird ja eingeblendet wenn du. So Leute. And the next one. Ja ja aber. Ich habe nichts Böses gemacht. Ich war sogar noch auf der. Keine Ahnung. Das nächste Fahrzeug ist der Datsun 240Z. Jesus. Ach dir. So eine lange Motorhaube hast. Dass du gar nicht losfahren. Brauchst du schon im Ziel mit. Aber drei preis. Ja das musst du mal sehen. Da fühlst du dich wie der Boss. Wie der Mafiaboss. Wenn du das ein VR anguckst. Das Ding doch. Der dann fahrt entsprechend gemächlich. Und zwar in Griechenland. Hatten wir lange nicht mehr glaube ich. Ja. Ja auch weit weg. Und da waren die ganzen Waldbrände und sowas. Dann wollen wir mal den Datsun nehmen. Leute. Datsun. Da ist er. Welcher ist jetzt dran? Datsun. Ich sag's mir mal schon früh genug. Und man fragt immer trotzdem noch. Ey das ist zu früh. Du musst warten bis es angeblendet wird. Und dann. Sonst vergisst man das ja wieder. So wie die Ansagen im Auto. Ja das darf nicht länger als 10 Sekunden Abstand. So jetzt muss ich pissen. Schaffe ich das in der Zeit? Nein. Jetzt geht es wahrscheinlich schon. Ja gut bei deinem PC schaffst du das. Doch doch. Na gut dann los 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 los. 18 mal 18. Er hat's nicht geschafft. Hä? Er ist schon durchgeladen und er ist noch am Klo. Das meine ich damit. Ja weil der hat jetzt noch 10 Minuten Zeit und so. War grad äh. Irgendwie verwirrt. Okay alles klar. Yay. Er ist verwirrt. Bereifung auf weich. Nein auf Standard. Das ist eigentlich die richtige. Das Schlimme ist nicht auf sehr Standard. Sehr normal war das nicht sehr Standard. Ja sehr normal war das nicht sehr Standard. Sehr weiches Getriebe. Ja jetzt warten wir nur noch auf Zomete. Er hat doch 245 Sekunden Zeit. Ja er muss halt noch Sachen einstellen an seinem Hinterzug. Ja. Ja genau. Ist das eigentlich eine Regel die sagt dass alle Reifen gleich sein müssen? Ach du willst ein weichen, ein mittleren, ein harten und ein regen Reifen oder was du willst? Ich will macht sowas ja schon Sinn. Wenn du bei irgendeiner Strecke die Hauptabnutzung auf der einen Seite hast, dann machst du da vielleicht ein bisschen härtere Reifen. Ja genau. Das wäre... Ne so abwäg ich uns natürlich nicht. Start. 100. Rechts über Kumpelsprung. 30. 6 links. 6 rechts über Welle. Viel Glück. Viel Glück. Boah. Ich bin wirklich schon am Ziel mit meiner Motorhaube. Alter. So schlimm ist es nicht. Ich bin nicht, wenn wir die Startliebe rüber. 4. 3. 2. 1. Los. 100. Voll rechts. Über Kumpelsprung. 30. 6 links. In 6 rechts über Welle. Ich fühl mich wie so ein Boss in dem Ding hier. In 3 links. In langsam enge 4 rechts. Wegen der langen Motorhaube jetzt in der Netz. In 6 links mittig über Kumpelsprung. In 4 links sehr lang. 5 rechts über Welle. Langsam 70 links halten über Kumpelsprung. 2 links bedenkt. Macht zu lang. Halt, sag mir. Aber so wie die sich Boss in der GW sieht. Macht auf über Kumpelsprung. Langsam 30. 2 rechts. Abzweifel. Macht zu. Macht auf. In 6 links lang über Kumpelsprung. In 6 rechts. Das können wir doch gar nicht. Du bist doch immer ganz vorne. Und 6 links. Macht auf lang. über Welle. 50. 5 rechts über Kuppe. Früher 5 links. 70. Kuppe und Kehre links verdeckt weit. 1 abs of 3 rechts über 0 weit. In 6 rechts über Kuppe. 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 80 rechts zu über Präsident... 80, 3 rechts, verdeckt, in 5 links, sehr lang, macht auf, 30, eng, rechts halten, über Kuppe, macht auf, 30, 6 rechts, in 4 links lang, 60, 4 rechts lang, macht zu, 2, macht auf, 100, 6 links und 6 rechts, über Kuppe, links halten, für 30, 6 rechts, macht auf, 50, don't cut, 5 links, über Kuppe, 30, über Kuppe, 6 rechts lang, 6 links, links halten, für 50, don't cut, 5 rechts, langsam, 4 links, don't cut, macht auf, mittig halten, für 220, Langsam, 6 rechts, 6 links lang, macht zu, 3, don't cut, 80, 4 rechts lang, 50, 3 links, don't cut, 3 links, don't cut, in langsam, 5 rechts, über Kuppe, in Kehre links, verdeckt, macht auf, in 6 rechts, 50, langsam, 3 rechts, macht auf, lang, in 1 links, verdeckt, lang, don't cut, rechts halten, rechts halten, für 50, 6 links, in 6 rechts, in 6 rechts, in don't cut, 6 links, 6 rechts, eng, macht auf, 50, 6 rechts, über Welle, und links halten, und 4 rechts kurz, 100, übersprung, 2 mal, 4 rechts, macht auf, links halten, übersprung, kreuzung, 120, don't cut, 2 links lang, macht zu, 80, 6 rechts, extra, extra lang, Achtung, macht zu, 3, in 6 links, über Kuppe, 60, rechts halten, über Kuppe, in 3 rechts, lang, in 2 links, don't cut, macht zu, eng, in 6 rechts, in 6 links lang, bis Sprung, links halten, links halten, für 50, Achtung, langsam, 2 rechts, sehr lang, macht zu, 50, 4 links lang, macht zu, 3, macht auf, mittig, übersprung, maybe, 50, Achtung, 2 rechts lang, macht zu, in 5 links, 120, über Welle, 5 rechts, extra lang, Achtung, macht zu, 2, eng, in 4 links, rechts halten, in 4 links, 50, über Welle, 4 rechts, macht zu, don't cut, 4 links, macht auf, 200, über Welle, Bei einem Sound, hat man auch wieder richtig viel Wert, Überziehe, 2 links, don't cut, bis Stopp, Wenn du, die Tür verlierst, hat das im Cockpit Einfluss auf den Sound, also, wenn, 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 das ist schon, wenn, zum Beispiel, die rechte Tür verloren hast, dann, Wertungsprüfung beendet, gut gemacht, Ja, die Tür wackelt ganz schön, bei 2 Meter, Ja, jetzt gerade nicht, aber vorhin, war die rechte Tür offen, und der Kofferraum war auf, Also, die Kofferraumklappe war, hab ich schon mal richtig nach oben gesprungen, bei mir, ja, Ja, gut, aber das wird schon irgendwie der Wahrheit entspricht, weil die gute Netcode hat, das Spiel, ja, Ja, ich schätze, ich weiß nicht, dass oft Schadenswerte Wettbewerbe sein, schätze ich mal, Glaub ich nicht. Ja, ist das so? Weiß ich nicht. Woher soll my client wissen, was Tomete für den Schaden gemacht hat? Ja, da muss das zu wissen nur alles übertragen, was da so gefahren hat. Hätte ich das aufgeklärt und würde... Naja, aber er wird das nicht synchronisieren, nur da ist hier nicht so eine Positions-Updates, wie bei Heistexis, es ist ja trotzdem akkurat. Genau, der kann ja genau die, die, wird das Inputs übertragen. Fragt mich, ob ich euch jetzt schon das Fahrzeug zahlen sollte, oder ihr gleich nochmal nachfragt. Nee, das ist zu früh, ernsthaft, das ist zu früh. Ich glaube, wenn ich das aufnehmen könnte und würde, das Spiel, ähm, dann würde ich auf dem Thumbday irgendwie auf die Sache mit dem Zwerg mit dem BMW anspielen, glaube ich. ... ... Ach, das war das Auto. Ja, richtig, denn jetzt als nächstes ist es nämlich der MG Metro. Ja, ich denke, jetzt kann man es so langsam sagen. Oh, das kann ich Ding. Der ist auch nicht ohne. Ah, ist immer noch zu früh. Na, da ist er. Der ist auch nicht ohne. So, Farbe ist mir egal. Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ah, der ist gefährlich. Ich habe auch noch nie einen MG gesehen, glaube ich. Da kommen viele Kugeln raus, ne? Hehehe, ja. Hier große Pfützen. Um 13.56 Uhr. Mit heftigem Regen, super. So, wir sind fertig, Tromete, wo bleibst du? Hehehe. Äh, kannst dich nur um Stunden heilen, ne? Heilen, heilen, heilen. Heilen. Können wir mit uns? Weiß ich nicht, du hast keine Mahl-Gehren in den Tieren. Stopp. Usch! Da ist er ja in sich durchgeladen. Überspringen. So, so ... Bei mir geht es nach dem Ladebildschirm direkt zu dem, wo man Start drücken muss. Bei mir zeig ich dir erst die Strecke an und dann musst du überspringen und dann... Achso, vielleicht... Wir sehen die ja die ganze Zeit schon. Das kann sein, ja. So, jetzt bin ich auf 100. Aber es ist eine schöne Strecke an sich, finde ich. Start, 100, 100 und voll rechts über Kuppe, 80, 4 links über Kuppe, und Sprung. Viel Glück. Und das Auto schnell. Keine Ahnung, es regnet. 5, 4, 3, 2, 1, los. 100, durch Senke und voll rechts über Kuppe, 80, 4 links über Kuppe und Sprung, 200. Ja, allerdings. Rechts halten, über großen Sprung, 60, mittig halten, über Kuppe lang, 50, 6 links, macht zu 5, lang, über Kuppe, 50, 6 rechts, über Kuppe lang, in 6 links lang, 50, Kuppe und rechts halten, über Kuppe, in 5 rechts, sehr lang, 50, links halten, übersprung, 80 senke. Ui, der Sprung tat weh, 80, ja, ihr auch. Ich muss mich sogar resetten, weil ich festgestackt war. 6 rechts lang, über Kuppe, 60, langsam, senke, in links halten, über Kuppe, 50, Abzweig, 2 rechts, macht auf, 50, wo das nicht gut in die Kuh rein hochschauen, 6 rechts lang, macht auf, 6 links, extra lang, in rechts halten, für 80, wenn du dich gleich nicht zu und irgendwann bewegst, dann hast du gleich ein Disqualifier, das weißt du. Ja, der hat auf nichts mehr reagiert. 6 rechts, macht zu, über Kuppe, in mittig halten, über Kuppe, 80, senke und mittig halten, über großen Sprung, in sofort 5 links, macht zu, 4, macht auf, über Kuppe, 40, 6 rechts, übersprung lang, 100, 5 links zu, über Kuppe, sehr schwierig, 6 rechts lang, macht zu, über Kuppe, 200, schliegender Finne, ist aber auch ein richtig genialer Name für einen Schliegender Finne, 6 rechts lang, über Kuppe, in 6 links, über Welle, Kuppe, 50, mit mittig halten, über großen Sprung, 80, 5 links, über Kuppe, macht zu, durchsenke, 50, voll rechts, 60, Achtung, 6 rechts, macht zu, dreist, macht auf, über Kuppe, 50, rechts halten, 5 links, über große Kuppe, Sprung, 40, 5 links, über Kuppe, sprung, 50, 6 links, macht zu, 5, durchsenke, und 6 rechts, über Kuppe lang, 50, mittig halten, über Kuppe, in 5 rechts, macht zu, und 6 rechts, über Kuppe lang, 50, mittig halten, über Kuppe, in 5 rechts, macht zu, über Kuppe, sprung, 80, voll rechts, über Kuppe, sprung, lang, 50, Kuppe, und 5 links, extra extra lang, macht auf, über Kuppe, 100, voll rechts, über Kuppe, 80, mittig halten, über große Sprung, langsam, 80, 3 rechts, abzweig, macht auf, 6, macht auf, 6, extra extra lang, über Kuppe, was ist los? Was ist los? Ich hab den Finish Trigger übersprungen, 150, über Wellen, in mittig halten, über 50, 50, Ich bin weitergefahren, 5 links, drüben, über Kuppe, 60, Ich hab den Finish Trigger übergesprungen, ich bin einfach hinterm Arsch, weil weitergefahren, über Kuppe, extra lang, 200, über Ziel, mittig halten, über Kuppe, sprung, Ich hab mich zwar gedreht, aber das ist mir scheißegal, dafür war der Jump geil. Das fand ich auch mal geil, ey, Finish Trigger übersprungen, dass ich hintermarsch einfach weiterfahre. Oh geil. Das war auch wieder unnötig, knapp, ey. Oh, ich hab eine Strafe, mach dich. Au, 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 das war sehr bitter, 2 Meter. Andere Seite. Und ja, wir fehlten Reifen, das hört man. Der ist so hart gegen den Pfosten gefahren, dass... Da hast du Glück gehabt, dass das noch kein Total Schaden ist. Oh, wenn der echt so rum verloren. Ein paar Fragen rechts zu rechts. Hm, na egal. Eine Minute und fünf Sekunden läuft bei dir, Tom Hüte. Als Strafe? Mhm. Boah. Sehr geil. Ja gut, du bist aber auch stehen geblieben wegen dem Reifen. Tja, ne, jetzt... Boah. Das hätt er aber auch mächtig in die Ohren sehen können an manchen Stellen. Ich spring vollgas über den Sprung und da kommt jetzt Zeitraum. Ja du, die Zeitstrafe habe ich nach dem Einsprung, der in die Senke führt. Da war der Baum und ne Baum. Und dann steck dich da fest. So, weia. Aber über den Zieltrigger gesprungen, dass ich einfach weiterfahre und schießt zum Marshall. Das war gar nicht zu geil. Das sollte nicht passieren. Tja, Leute. Ich bin halt gut gesprungen, was soll ich da machen? Ja, vor der letzten Kurve crashen, so wie ich. Oh, jetzt kommt das Spanier, oh ne. Nein, noch nicht, noch nicht zu früh. Noch nicht sagen welches Auto. Haben wir wieder vergessen bis dahin. Weil der muss ja jetzt noch durch zehn Menüs durch, wo man alle zehn Sekunden warten muss. Jetzt müsst ihr alle denken, dass ihr bei Nice2 seid und ihr habt 95% Bremsenschaden. Nur weil es jetzt der Mustang ist? So, jetzt wäre ich ja ein Mustang offenbar. Ja, ganz recht, der Mustang. Ja, die anderen Autos bremsen besser als das scheiß Ding hier. Ja, lass doch lieber eins von der anderen nehmen. Nee. Es muss ja der Mustang GT4 sein. Vor allem ne Chevy haben sie ja auch noch. Von den GT4 Autos mache ich den Aston Martin sehr gerne. Da bin ich Platz 11 auf der Schottland im Regen gefahren, globale Bestenliste. Also das ist dann klar, dass ich das Auto sehr sympathisch finde. Eigentlich fehlt hier noch irgendwie so ein Ferrari F40 oder so. Auf Rallye? Ja, natürlich. So schön mit seiner sehr ausgeprägten Bodenfreiheit und so. Ja. Ja, super. Und den auf Finnland oder was? Ja, klar. Nach dem ersten Sprung ist die Aufhängung kaputt und dann kannst du stehen bleiben. Und der Unterboden fällt auch gleich. Die zwei kann ich auf Weich fahren. Dann nehmen wir mal Hubschrauber. Einen Hubschrauber hätte ich ja gerne. Äh, lass auch nicht in den Bäumen hängen bleiben. Dieses. Ja, Spiel. Ist okay. Hier haben wir gemischte Verhältnisse. Ihr solltet euch überlegen, ob ihr weiche oder nasse Reifen haben wollt. Ihr werdet gleich erfahren, was der Standard ist. Obwohl, ne, sehe ich ja gar nicht, oder? Ja, dann nehme ich lieber Regen. Ja. Du hast doch nur eine einzige feuchte Strecke. Mehr hast du doch gar nicht. Ja, aber ich hatte sehr schlechte Erfahrung mit Feuchten, die da umgeben. Dann sollte ich auch das nasse Setup nehmen, oder? Ja. Das ist aber nur eine feuchte Strecke, das später erst schaue. Das ist aber auch nass. Aber du willst keine trockenreifen auf Nesse haben. Da haben wir schon ganz schlechte Verhältnisse. Du willst auch keine Regenreifen aus trockenen Magen. Das ist angenehmer als trockenreifen. Ja, am Anfang, bis sie kaputt sind. Ne, die ganze Zeit schon. Ne, bis sie kaputt sind, dann ist es nicht mehr angenehmer. Die halten das aus bei den kurzen Strecken. Das ist schon wieder, dass Tourmete nochmal aufschlochen muss. Ne, ne, ich war auch nicht. Ich war gerade immer noch so ein bisschen am strugglen, welche Reifen ich nehme. 100 Reifen würde ich empfehlen. Ja, ich habe jetzt gegen genommen. 5, 4, 3, 2, 1, los. 105 rechts. Das ist auch gut. Nein. Wir planen. Frühe, 4 links. 4 rechts, extra lang. Don't cut, macht auf. In 5 links, macht auf. 80. Oh, Wagen. 4 links, extra lang. In 6 rechts. Bedenken den Schaden, den ihr jetzt habt, habt ihr in der nächsten Strecke auch, ne? 6 rechts, macht zu, 4. Macht auf, macht zu. 5 rechts. Oh, ich bin in der Kurve. Die kriegen einen total Schaden. In 5 links lang. In 6 rechts über Kuppe. In 5 links, extra lang. Oh, Wagen jetzt. Komm, da befangen wir nicht. Ich bin doch mal wieder hier. 30. Oh. 5 rechts lang, macht zu, 3. In 4 links lang. 30. 6 rechts, extra lang, macht zu. In 4 links lang, macht zu, 3, eng. In Don't Cut, 4 rechts, macht auf. 30. 50. 6 links. 150. Wie sau. Wieso lenke ich denn auf ne Wand zu? Frühe 5 links. 100. Am besten mach ich für den Suche Schaden, dass es nicht mehr reparabel ist, ey. 5 links. In 5 links. In 5 links, small cut über Kuppe. Hallo, 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 hallo. In 6 rechts lang. Achtung, 30. 5 rechts lang, macht zu, 3, eng. 50. 50. Langsam, 5 links, über Kuppe lang, in 3 rechts. In 4 links, small cut. In 4 links, small cut. In 8, 6 rechts, 4 links lang, macht auf. 6. In 3 rechts, sehr lang, macht zu. 100. Ja, ist nicht einfach, ist gefährlich. 3 rechts, macht zu. In 2 links lang, macht zu. 1. 1. Nicht da runter. Oh, das ist nicht mein Ernst. 30. 6 links, in 4 rechts. Besser. Macht auf, lang, macht zu nach Kreuzung. 5 links, macht auf, extra lang, in 4 rechts lang. Aber das Spiel basiert hier irgendwie darauf, was man wirklich in der Rallye macht. Wer ist auf die Idee gekommen, da Lust lang zu nehmen? 50. 6 links lang, macht auf, 100. 5 rechts, extra extra lang, macht zu, bis Kuppe. Es gibt halt Leute, die kommen damit wohl klar, also bitte. Und 6 links, extra extra lang, macht zu, cut. Macht auf. 50. 6 rechts, 100. 6 rechts über Kuppe, langsam, links halten über Kuppe. 60, Achtung, 2 rechts, macht zu. Macht auf, 6. In small cut, 3 links lang, macht zu, 1 small cut. 70. 4 rechts lang, 30, 2 rechts. Jetzt haben wir du Musik, wo wir hier bitte jetzt verderbefahren. In 2 links lang, macht zu, don't cut, macht auf, 100. 5 rechts lang, macht zu, über Kuppe. In 4 links lang, in langsam, small cut, 5 rechts, 3 links, 2 rechts, macht zu, small cut. In 2 links lang, in 3 links lang, in 2 rechts, macht zu, in 6 links lang, 300. In 100. In 100. Ja, das wird wahrscheinlich mein erstes. Ab 2, kehre links, verdeckt. Boah. 50. 2 rechts lang, macht zu. 2. Das ist hier nicht doch irgendwo runterfalle. In 2 links, macht auf. 50. Es reicht die Kurze Reparaturstation nicht aus, um alles zu reparieren, das könnte scheiße. 5 rechts, 30, 3 rechts, 50, rechts halten, in 2 links lang, macht zu, spät. 30, 5 rechts, 60, 4 rechts lang, durchsenke, macht zu, 3, über Kuppe, in 5 links, über Kuppe, in 4 rechts extra lang, 30. Und nicht drunterfahren. Und nicht drunterfahren. Und nicht überschlagen. Hält doch. Hält doch. Hält doch. Hält doch. 5 links, über Kuppe. In 4 rechts, extra lang, 30. Leckt mich im Arsch, Alter. Wirklich. 4 links lang, in katt, 4 rechts. Boah. In 3 links lang macht auf über Kuppe 70. 5 rechts lang macht zu 3 lang. In 2 links 30. 5 rechts in 5 links über Kuppe lang macht zu. In 4 links lang über Kuppe. An einer Stelle zu schnell zu sein und dann komplett runter zu fallen. Das ist ganz gefährlich bei Sparen. 5 rechts cut. In 5 links. In 4 rechts. Das Auto schnell sparen jetzt in der Strecke. In 6 links. 6 rechts. In 5 links lang. In 5 links über Kuppe 30. 6 rechts extra lang über Kuppe. 50. Enge 4 links. Macht zu. 30. Langsam 6 links über Kuppe. In small cut. 3 rechts. 4 links. Cut 4 rechts. Und 3 links lang. 30. Cut 4 rechts. Durchsenke macht auf über Kuppe. In 6 links. Und small cut 4 rechts. 3 links lang macht auf. Ich bin wie Jimmy mit 100%. 6 links. In 5 rechts macht auf. In 3 links macht zu. In 3 rechts macht zu. In 4 links. In 4 rechts lang macht auf. In 5 links über Kuppe. In 5 rechts. In 5 rechts. In 8 links. 2 links lang. Nein. Nicht schon wieder. Ich bin wie ein Fahrer. In 4 rechts extra lang. Mach zu. 3 lang. Mach zu. In 5 links lang. Mach zu. Warum in den letzten Fohren jetzt noch ey. Warum? Warum einfach? In 3 rechts. Mach zu. In 5 links lang. Mach zu. Macht auf. 6 links. In 5 links. 4 rechts. In 4 rechts. In 4 rechts. Macht auf. Über Brücke. Mach zu. 3. Und 6 rechts. Ulster. Mein alter bye. Leck zum mi pensain hole. 5 links. Extra lang. Mach zu. 4. 100. Ist er noch kann ich ein Ziel? In 5 rechts über Kuppe. In Achtung. Was ist da denn das? Der reagiert doch gar nicht zu mir hier. vier links lang macht zu 2 macht auf in sechs links sehr lang macht auf über gruppe in 2 rechts zu 1 rechts etwas stimmt nicht rechts hinten ist es ein reifenschaden ja gar nicht aber bei dem stürz den ich auch da hatte hier ist schon ein bisschen ja ja ich bin da aber das spiel ist irgendwie nicht da warum hast du nur noch 20 km gefahren ja weil das die automatik war so rausgetappt dann fährt er von alleine weiter und das ist nicht rausgetappt sondern fehler beendet was die ganze zeit so eine schöne herausforderung gewesen auf der strecke und da passiert so ein mist in obs sehe ich das spiel läuft noch aber ich sehe das fenster hier nicht wenn ich acht habe das fenster ist nicht da doch der pc wahrscheinlich ja genau das war dieses raus flackern vom pc eben normal muss er einfach nur wieder zurück eintappen dann übernehme ich wieder von der automatik dann fehlt das ist das ist ärgerlich du warst echt einfach mal das spiel hier kann hier landen wir nicht in einem hauptmenü wo du wieder rein kannst wenn du jetzt raus bist du raus ich sehe es wieder ist okay achso war vorhin auch so dass ich vor dem ding sieht also bevor wir angefangen haben überall tappt das spiel nicht gefunden habe habe ich es neu gestalten war ich wieder in wo ich jetzt war jetzt konnte ich den obs sehen es läuft noch diesen obs was machst du das so witzig auch wie viele dreher ziehst du denn da durch das auto leichter machen er ist am driften und drehen hier geht überhaupt nichts mehr du willst nur gewichtlos werden damit das auto leichter wird und du ich frag mich ja wie schlimm mein schaden ist ich bin nämlich irgendwann die komplette kompletten abgang nach unten das war das härteste rennen für mich da kommt noch rennen was hast du ja ich hatte aber immerhin bin ich auf dem weinwerk wahrscheinlich habe ich trockenreifen und du hast regenreifen oder sowas anders ist das nicht zu erklären ich hatte echt viele crashs und wie seit ich bin auch berge runtergefallen immerhin bleibe ich am weinwerk hängen das ist ja auch wie schlimm sieht mein schaden aus also ich bin ich habe drei also richtig echt übelste dinge als 1 50 das ist einfach nur total scheiße schwer zu fahren oh gott sei dank ist nächste woche wie er heißt kann ich irgendwie sehen welche reifen ich habe normale du wirst nichts verändert haben wirst keine regierung was sind standard reifen mittel nein nein ich meine ist das regenreifen oder trockenreifen keine ahnung da steht einfach nur mittel aber dadurch dass du die extra auswahl mit regen und trockenreifen wollte gerade sagen es gibt nur regen und normal weich und hart mal gucken was meine reifen jetzt machen ob der reifen ob der reifen ersetzt wurde ich hatte nämlich einen kaputten reifen ja den repariert er normal nachdem ich erstmal den sturz nach unten gemacht habe die stuze von den stuze von den reifen kann man auch einstellen ich habe ihn noch nicht bei nässe gefahren ich muss mich jetzt überraschen lassen jetzt schalte doch hoch und klebt nicht auf 85 kempfer dann kein 150 ja die reifen war mit 85 gedreht aber das auto war noch nicht so schnell ich zeigte ja die räderdrehgeschwindigkeit an nicht die autogeschwindigkeit das müssen wir bedenken aber ich meine ist das bei euch auch so in 5 rechts lang macht auf 30 2 rechts lang ich dachte nämlich dass du dich scheitest für ein getriebeschaden in 3 links 30 4 links don't cut 1 rechts macht auf ich habe angst du richtig gas zu geben ich habe sogar das gefühl dass es auf messe einfacher ist weil man da nicht so schnell fahren kann und mach zu in 5 rechts über gucke extra lang Achtung mach zu 2 lang aber gut hier kommen schnellere sektionen und ich hab wieder Angst in 6 rechts nicht da hinten nicht da nein 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 doch genau die gleichen ich bin da wo ich hinten schon runtergefallen bin diesmal runtergerollt 6 rechts das ist genau die gleiche Strecke links macht auf 150 ja das ist deswegen bin ich an derselben Stelle wieder runtergefallen aber diesmal nicht runtergestürzt sondern extra extra lang weil ich weggerutscht bin runtergerollt und dann dachte ich ich gebe einfach und dann dachte ich einfach ich gebe vollgas nach hinten das habe ich resettet 30 4 links lang macht auf in 5 rechts 100 4 rechts eng in 6 links kurz 40 4 rechts macht auf 6 und Kuppe in 2 links don't cut das Schild ist hart gewesen in 5 rechts lang 3 links lang macht zu 2 macht auf 6 lang über Kuppe in 1 rechts lang macht auf 30 small cut 3 links lang in 3 rechts lang über Kuppe in 3 rechts lang in 4 links in 4 links in 4 links lang in 5 rechts lang du bedenke zum jetzt wir sind noch lange nicht durch in cut 3 links lang in 5 rechts über Kuppe in cut 5 links in 6 rechts macht auf 50 3 rechts in 6 rechts in 6 rechts über Kuppe in 4 links in 5 links in 4 links lang 5 Links Cuts, spät, extra lang, 30 Lenkradfahrer, der das so sieht Frühe 5 rechts, über Kuppe, Cut, 6 links, 50 Ja, resetet doch, Mensch Ich hab dem Game da immer als, äh, die Chance gegeben mit Lenkrad Danach hab ich wieder gelassen 5 rechts, in 5 links, über Kuppe, in 6 rechts, lang Boah, mit Controller könnte ich mir das so nicht vorstellen 4 links, bin Cut, in sofort, 3 rechts In 4 links, 30, 2 rechts, mach zu In 2 links, extra lang, mach auf Nein, ich hätt die Handbremse nicht bezittigen sollen Nee, die brauchst du hier auch nicht Wahrlich nicht Hm, das war auch direkt gleich ne Strafe Weil ich sowas von quer stand Au, au, nein Nein Bleib doch auf der Straße, Mann Krieg doch mal wieder Grip rein, Alter Toi, 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 das ist ja nicht runtergefallen 3 links, lang, ist 5 rechts Ich bin einmal runtergerollt und einmal runtergestürzt Beide In 4 links, lang 80 Oh, mit Burnout aus der Hand Smallcut, 6 links Kann man die auch immer machen Ja, dass der dieses Scheiß Burnout-Problem hat, ist zu kotzen, Alter 6 links, extra lang, mach zu, 4 30 5 rechts lang Du willst mit dem aber auch nicht schnell fahren Du willst es nicht Und tschüss Und Ja, ja, ja Ja, ja Ja, noch ne Strafe Du gibst einmal ein bisschen Gas und fliegst weg Boah, ich hab Angst Grip, danke Ich hab drei Strafen Bin einmal runtergefahren Bin einmal runtergestürzt Und hab ein, äh, überschlagen 3 links In 2 rechts, macht zu Echt schade, dass ich bei Dirt den Wieler nicht nutze Ich kann, ohne dass ich dann FPS komplett zu In 6 rechts lang, macht auf 30 Rechts halten In 2 links, macht zu Lügt nach Hardware abgehört In 3 rechts In 5 links, Smallcut In 5 rechts lang, über Kuppe In 5 links, über Kuppe Macht auf 50 Und Nochmal weg 1 rechts lang Macht auf 1 rechts lang Ey, du darfst nicht ein bisschen zu viel Gas geben Du fliegst von der Strecke direkt weg In frühe 4 links Macht auf Und macht zu 4 links, sehr lang 80 Ich glaube, bei diesem Rennen wäre wieder wirklich interessant 2 rechts, Smallcut Und 3 rechts, Cut 3 links lang, macht zu 3 links lang, macht zu Rechts halten, für 80 Kuppe Und vor links 150 6 links 50 4 rechts, macht auf 6 Extra lang, macht zu Über Kuppe Bei Mast Bei Mast Ja Tuckerspül gewesen Das 4 links extra lang, macht auf 6 60 So, wo das nächste Woche heißt es 6 Voll rechts 50 3 links lang In 5 rechts lang Und 4 rechts kurz 4 links lang, macht zu Aua, aua In 6 rechts lang, über Kuppe Langsam 30 1 rechts lang, macht zu Nein Gott Wie ist heck, ne? Und 3 links lang, macht auf 100 3 links lang, macht auf Und macht zu In 5 rechts 30 Zu rechts, macht zu Zu Payback In 6 links In 5 rechts Small cut, 5 links Macht zu Äh, freudig Also Wenn du es auf 2 Ich habe es auf 2 Schaffe ich hier Da habe ich Die Stellen mit Payback Gehighlighted Dass die für immer bleiben 4 links Macht auf 6 Extra lang 30 5 rechts über Kuppe Links halten Für 30 4 rechts Small cut Oh, ich fahr zu schnell Ich hab Angst Da wieder für In 3 links Macht zu Du darfst nicht so schnell fahren Das weißt du Vielleicht fahr ich schon wieder 180 6 rechts Wobei war das jetzt Oder war das Heat Was Payback 6 rechts 30 Don't cut 3 links Macht zu Bestrafung 1 1 von den beiden Da wurde Und sie gesagt Das ist ganz Macht auf In 5 links Lang Ich hab nicht ob das Zu der Payback War Die komme ich nicht mehr hoch Ne 30 3 rechts lang Keine Ahnung Kann ich dir in dieser Warte bitte Auch nur Weil ich dagegen gekommen bin In 4 links extra lang Macht auf Sonst nicht In 5 rechts extra lang Macht auf In 6 links In 6 rechts lang In 4 links extra extra lang Macht auf Mit die kalten zu 30 Einblick auf 4 gar noch zu Blix Das war Heat Eigentlich auch noch Irgendwie mal dieses Saft schon 6 links In 5 rechts Extra lang Macht zu 100 Keine Ahnung Heat hab ich nicht gespielt 4 rechts in 4 links lang Macht zu In 4 rechts 80 80, voll rechts, in 5 links, 40, 3 links, macht zu, in 3 rechts, in 5 links, lang, und 50, 6 links, 38, 3 rechts, macht zu, macht auf, 6, lang, 30, 2 links, lang, macht zu, in 3 rechts, macht zu, überziehe, 50, bis Stop, gut gemacht. Alter, ist das anstrengend, ey. Er ist irgendwo beendet, gut gemacht. Oh Gott. Und wenn ich das Auto, sieht es ja schlimm aus. Fährt sich auch schlimm. Ja gut, aber ich schaff's eh nicht ins Ziel, also das, äh. Oh je. Ah, war ein Dreher. Da ist jetzt fast wie die Frage, ob ich Resetten gewohnt hätte. Ja, wo ich den Berg runtergerutscht bin, hätte ich vielleicht auch mal resetten sollen. Wäre wahrscheinlich da auch schneller gegangen. Aber jetzt geht's komischerweise wieder einigermaßen. Der fuhr sich heute schon deutlich schlimmer. Boah, sieht doch nicht ganz nett aus. Boah, da hätte ich mich definitiv gedreht. Ja gut, komm, scheiß drauf. Ich glaube, das war der gleiche Berg, den ich auch runtergefallen war. Ja, jetzt ist es auch egal. Es kommt doch eh nicht mehr drauf an. Ja, den sehe ich ja nicht, den Countdown. Und ich hab mehr Strafe, aber Keir hat's nicht geschafft, mich zu überholen. Ja, ich glaube, hier haben sich die Trockenreifen jetzt gerecht. Einmal wieder runtergefallen, Keirsche. Einmal nur, da geht er noch. Na, ist ja noch harmlos. Ja, ich hab eigentlich auch nur zweimal und danach halt eben echt vorsichtig. Da hab ich mich auch schön lange dran aufgehalten, weil ich da mich nicht einsehen wollte, dass das Auto noch nicht mehr hoch kommt. Sag mal, Dennis, was meinst du immer noch ein Regenreifen? Du hast aber noch ein einziges Mann und das ist das vorletzte Rennen mit Nass. Ja, ja, ja. Es fühlt sich bestimmt scheiß auf Trockenreifen, oder, Keirsche? Na ja, man muss halt ein bisschen langsamer fahren. Ja, ein bisschen sehr viel langsamer. Also ich hab da ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also komplett die Session mit Regenreifen, mit dem Wet Setting. Also ich fahr mit Regenreifen weiter, ja. Und dem Wet Setting. Ich will sowieso nicht schneller fahren. Ich lande sowieso wieder drei Berge weiter. Da haben wir jetzt Reparatur, oder was? Was? Haben wir jetzt Reparatur, oder was? Yes. Ja, wenn Tomate... Mal gucken, wie viel ich reparieren kann. Ich hoffe, ja. Ich hab mir auch mal geschmackt, wie alles. Ich glaub auch nicht. Bei 15 Minuten Reparatur ist knapp. Einfach alles, was empfohlen ist. Ich mach auch empfohlen, sonst kann ich einfach gucken. So, erst einmal Reifen. So, neue Bereifung. Fahrzeug reparieren. Zack. Oh! Er kann alles! Also ich bin nicht über der Zeit. Boah, ich nehme... Es kommt ja kein Regen mehr, ne? Vera-Karossi-Stand. Ach, vorletztes. Ja, dann bleib ich bei Regen. Okay, ist das alles? Ich will's jetzt grad mal wissen. Oh, meine Karre ist wieder heile. Es geht halt echt alles. Wow. Das sind geschickte Techniker. Äh, Mechaniker. Besser gesagt. Ich hab bei Eddy gelernt. Das glaub ich... Wahrscheinlich ist es, Eddy. 70, Kuppe voll, 80, 6, rechts. Viel Glück. Mit 15 Minuten das ganze Auto-Teile. Noch nicht, weil der hat ja 8 Minuten gebraucht bei mir. Einfach Reserve, Auto und fertig. Jetzt kann's nur... 5, 4, 3, 2, 1, los. 70, Kuppe voll, 80, 6, rechts, 30, 6, links, lang, Auto. Wir haben nur lange Zappenholz, oder was? In 6, rechts, lang, über Kuppe, 50, 6, links, lang, macht auf, über Kuppe, 50, voll, mittig, über Kuppe, lang, 100. 100, 5, 6, rechts, 100, 5, links, lang, über Kuppe, 100. Du musst halt vorsichtig fahren. Wir haben einmal eine Nachtstrecke. 4, rechts, extra lang, und auf, 100, langsam, mittig, halten, über Kuppe, in 3, links, macht zu. Wagen, jetzt geh nicht... 50, 6, links, lang, macht zu, 150. 4, rechts, lang, über Kuppe, 50, 4, links, 50, 5, rechts, lang, macht auf, 30, 105, links, 100, 6, rechts, muss es da ja nur 10 Zentimeter von der Strecke abkommen. 6 rechts lang, über Kuppe, 120, 6 links lang, macht auf, über Kuppe, 50, 5 links lang, 120, 6 links lang, macht zu, 30, 5 rechts, extra lang, macht zu, 30, 4 links, links erhalten, für 150, cut, 5 rechts, rechts erhalten, für 150, 5 links lang, macht auf, über Kuppe, in 4 rechts lang, über Kuppe, das Spiel selber, wenn du sehr gut bist, schaffst du in 2 Stunden, in 4 links lang, über Kuppe, langsam, 30, über 2, 60, CTL, und gerade nochmal um die 50, 60 Euro bezahlt hast, äh, ein, ja, also, wenn du sehr, wenn du sehr gut in dem Spiel bist, ich glaube, ich habe 3 Stunden oder so gebraucht, ja, sowas in dem Dreh, ich habe, das Projekt habe ich ja komplett aufgenommen, ich habe ja keine Unterbrechung gemacht, ich habe ja einfach nur angefangen, und durchgespielt, auch ein guter Spiel, da sollte ich in 2-3 Stunden schon durchfahren, wir waren, war aber leider so, ja, das ist das eine, aber das nächste ist halt auch, äh, minimales Abkommen von der Strecke, heißt halt, äh, geht zum nächsten Checkpoint und so, und das, äh, pervers ist da, die ganze Geschichte ist auch noch, die Gegner, äh, passbar auf, äh, die Gegner, die werden dann auch noch mal resettet, wo so war, dass du resettet wurdest, also du hast noch ein Nachfolger durch, was, was noch schlimmer ist, du hast Tankstellen, die solltest du nicht nehmen, weil, damit hast du das Rennen verloren, warum habe ich mich denn jetzt weggedreht, also mir war halt aufgefallen, dass du ja die Tankstellen oder die Karre wechseln konntest, und vielleicht was tun konntest, das ist ein bisschen was, wenn man nur hatte, und, äh, ab dann war klar, geil, ich habe die Tankstellen benutzt, bis Rennen verloren, also für mich waren die Tankstellen unnötig, deswegen ich sie auch nicht wirklich benutzt habe, also ich würde, äh, sagen, dass The Run das schlechteste Spiel der Reihe ist, oh, weil das so kurz ist, oder was? in 2 links macht zu, in 1 rechts lang macht auf, ich glaube, das war auch das Spiel, wo sie so extrem mit diesen Speedpoints und den ganzen Fans da angefangen haben, Man muss dazu sagen, dass, äh, The Run eine sehr schlechte Bewertung bekommen hat, auf der Meta-Kritik müsste das gewesen sein, eine sehr schlechte Bewertung bekommen hat. 5 rechts über Kuppe, 3 links lang, Aber wie gesagt, äh, dann anschauen, NEIN! Einmal wieder festgedreht, können wir bitte, können wir bitte wieder zurück? Aber sag mal so, um die Story dahinter, äh, um die Story dahinter zu erleben, was hier der Hauptaspekt ist, die es in 6 rechts extra extra lang macht zu, 4 lang ist mir so schloss gesagt, dass mich halt, ja, äh, mit dieser Story und den Cutscenes auf den Sack hängen, das Spiel laut Cutscenes, du musstest in die Kopfhörer kriechen, weil die einfach zu leise waren, die Cutscenes. 2 links extra lang, macht auf, und macht zu, in 4 rechts lang, in 2 links, also kannst du an oder aus machen, rechts halten für 20, 6 links, in 5 rechts lang, macht zu, aber du hattest halt auch einfach nur einen einzigen Regler, mehr hattest du nicht. 5 links extra lang, in 4 rechts, in 2 links, macht zu, was? so witzig waren, nach jedem einzelnen Quicktime Event war ein Save drin. und hast du also beim Nix mit falsche Taste gedrückt, äh, hat er dich, äh, noch ne richtige Taste gedrückt hattest, gespeichert. an sich die story war nicht übertrieben was man aber halt einfach an dem mann merkte sie haben sie haben sie haben einfach gezeigt wie ein liefer speed mit der so viel so viel so viel mit eingebunden haben das war das erste game also ich habe es die ganze zeit ohne reifenschaden schaffen kurzer schluss gut gemacht ja gut an viel ist aber jetzt auch nichts was also es wirklich fast nur shooter hätte glaube ich aber bei der zweite gibt es etwas was kein shooter ist was auf der engine läuft hat zu das auto nicht reparieren lassen nicht so aus so viel schaden habe ich diesmal gar nicht genommen sieht auf jeden fall sehr kaputt aus es hätte einfach nicht sein gemusst das riecht mich auf dass der letzte kurve darf ich fahren was hast du denn gegen das stopp schuld das ist stopp anzeigt ja was sagt ja stopp für die andere straße so dass du hättest durchfahren können das ist natürlich auch richtig aber ich habe jetzt in der weggezogen was wäre jetzt wenn ich da auf der seite fahren würde dann müsste ich mich so über dieses schild da ärgern aber es steht nicht nur das ist nur schief da bin ich ja da habe ich runtergefallen rechts vom ziel sehr gut vom ziel noch scheiße gebaut was ärgerlich ist und musste mich resetten weil das auto leistungstechnisch nicht mehr den berg hoch kam ich habe gering karosserie schaden aber dann bestätigen ausbruch und eine hohe motortemperatur geil ich bin auf die alte sagt immer wieder sie hat ein gutes gefühl ich habe gar kein gutes gefühl das hat mir das war nicht mal ein geringer kurs ist nur ein normaler klaus auspuff verloren das ist auch gut das hatte ich doch nie gesehen glaube ich einfach mal auspuff verloren ja ok wir waren jetzt nicht mehr reingefahren jetzt fahren wir auch da weiter ist ja cool wenn jetzt bei dir das sound lauter ist das wäre cool das wäre geil ja obwohl ja eigentlich nicht dann höre ich die musik nicht mehr und jetzt habe ich gehört wir fahren jetzt nachts vielleicht beim neuen wac weil wie gesagt wenn du bei wac die türe verlierst das ist das ist ja auch so rechts lauter aber was wenn das dach verlierst ich weiß nicht ob das möglich ist keine ahnung das schadensmodell ist ja mal relativ begrenzt wegen den lizenzkacken immer ich habe das nie verstanden weil wenn ein film gedreht wird dann bezahlen die sogar dafür dass die autos da gezeigt werden und in dem spiel dann wollte dafür jetzt sehen wir haben ein spiel über dem film doch keinen schaden oder in manchen filmen gibt es schon ordentlich schaden du ja vielleicht ja in fast furious da wird der eclipse da komplett in der luft gesprengt ja gut mein auto sieht schon wieder so traurig aus 30 2 rechts macht auf 6 lang und jetzt auch noch lacht meine lichter hängen sie manno manno ja doch wieder eine lange etappe was ist denn hat spanien nur lange jetzt die gleiche nochmal zurück alter was soll wirklich immer hin zurück hin zurück oder was ja war ich auch etwas verwundert drüber aber ich hab so langsam gehen wir diese langen etappen um den sack macht zu 50 2 links lang kann ich nicht mal spielen bei den anforderungen ist meine hardware zu schlecht bestimmt 50 4 rechts lang in big cut 5 links 9600 k ja da passt da funktioniert mein bord nicht mehr als mindestanforderung 9600 k ja also siehst du ich könnte es also gar nicht hier spielen also was interessiert mich also wac wenn ich es nicht spielen kann aber stimmt das hat doch gestern schon gemacht und da geht die X 10 6 6 links 150 5 links extra lang ich hab gesagt was interessiert mich denn das spiel gern irgendwann wirst du wahrscheinlich die hart gehabt haben oder so hehehehehehe Ich sag so viel Wenn ich von Dennis nicht die 10,80 abkaufen konnte würde ich heute mit einer schwächeren AMD Grafikkarte unterwegs sein Nochmal so In 6 rechts extra lang über gucke 60 6 links lang macht zu 4 In 6 rechts Links halten für 30 3 rechts macht zu In 4 links lang in Achtung 3 rechts lang macht zu 2 100 3 links 30 Nein AMD grundsätzlich mag nicht schlecht sein Das will ich auch gar nicht So war das auch gar nicht gemeint Aber ich meinte halt einfach von dem was ich jetzt drin habe In 3 links macht auf 6 extra lang 30 Das meinte ich damit Links halten in 2 rechts lang In 6 links In 3 rechts lang Macht auf Wow Ah Reifen kaputt Komm Einzige was ich in diesem Auto nicht mag ist das so lang und so breit In 6 links extra extra lang Mach zu 4 Daumenhaft Rechts halten für 50 3 links Mach zu In 4 rechts 30 1 links lang Mach zu 3 links Mach zu 3 links Mach zu 3 links In 2 rechts In 2 links In 2 links lang Mach auf 50 5 rechts lang In 4 links lang Ja gut Ja gut Keir ist schon mit seinen Trockenreifen dominiert jetzt In 3 rechts Mach zu In 3 rechts In 3 rechts Mach zu In 3 rechts In 3 rechts Mach zu In 3 rechts Mach zu In 2 rechts In 2 rechts In 3 links In 3 links In 3 links Mach zu 30 5 rechts lang 30 4 links lang Mach auf Über Kuppe 30 6 links lang 30 3 rechts Lang Mach zu In 2 rechts In 2 rechts In 2 rechts In 3 rechts Mach zu In 2 rechts In 3 links Mach zu In 3 links 5 links In 2 links Ich hab so Angst viel Gas zu geben ne Wem sagst du denn Wem sagst du denn In 5 rechts lang Über Kuppe In 4 links lang Weil hier grad die weiße Zeit Jetzt nicht gewundert lang Schon wieder Ja Okay Okay Feuer geht In 4 rechts lang Über Kuppe 30 6 rechts Rechts halten Für 80 Die meiste Zeit haben mich hier Ich mit 70 auf 6 links Cut 150 4 rechts Mach drauf Über Kuppe In 4 links Extra lang Mach auf In 6 rechts lang 100 Nein 6 rechts lang Macht auf Bis Kuppe voll In 6 rechts 100 6 links Über Kuppe lang In 5 links Über Kuppe 50 4 links 4 rechts lang 4 rechts lang In 5 links Links halten Für 50 4 rechts Macht auf In 4 links lang Macht auf Über Kuppe 100 5 rechts lang Macht auf 30 4 rechts lang Macht auf Über Kuppe 80 langsam 3 links Ich dachte so weit Wo willst du denn hinrutschen? Danke Na Kirsche wie besonders fühlst du dich? 5 links lang Ähm 10 Sekunden 6 rechts über Kuppe 100 Ja das ist ein Zorgenreffen 6 links Im Anderen 6 links Im Anderen 100 Gruppe voll lang 80 Ich bin so ne Ich hab jetzt voll gegen die Wand gescheppert Was auch die Böse war Du willst aber beim Schauerrennen 5 links lang 50 Aber erst dann musst du bis dahin 6 links lang 6 links lang 5 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 links lang 6 links lang 5 links lang Ich bin Am So so Wenn ne Leitplanke beginnt Die geht ja Der Anfang So ein Stück bergauf Von der Leitplanke Diese WP war schwierig Aber es hat sich schnell angefühlt Ja Kann man auch Außerhalb lang Das ist Glaube ich nicht so gut Für den Unterboden Wenn man das macht Ach das geht schon Was machst du denn da? Vielleicht ist deswegen Mein Auspuff beschädigt Und man gibt es Unwärmen Ja man weiß ich nicht Jetzt hätte ich ja sehr weiche Getriebe nehmen sollen Aber ich könnte Glück haben ne? Ich meine ihr habt euch jetzt im wesentlichen eure Regenreifen platt gefahren Auf die paar Meter kommt es jetzt auch nicht mehr an Wann kommt denn das Regenrennen? Jetzt oder später? Ja keine Ahnung Je später es kommt desto platt das in eure Reifen Jetzt Danach Direkt Also nach dem Rennen hier Wenn jetzt bei Leit ist Genau Ja Ja wenigstens ist es jetzt nicht mehr so schlimm Wenn die Scheinwerfer kaputt gehen sollten Ja bei mir hat sich ja schadenstechnisch nur von geringer Karosserischaden auf Karosserischaden erhöht Sag mal Kirscher warum ist deine Spurstange eigentlich defekt? Ich lenke zu hart Da kommen die Reifen dann nicht mit und dann brechen die halt oder verbiegen sind Und dann hast du auch noch einen kaputten Scheinwerfer Sollte halt sanfter lenken schätze ich Ja scheinbar braucht man nicht Ja du hast jetzt sowieso nur noch Dämmerung Dämmerung Ja das geht bestimmt Rennen 5 ne? Ja 5 Oh Piet hat sich sogar gemeldet Ja Paul Hallo Habs heut nicht geschafft schreibt er Eigentlich wollte er nur was essen Ja wenn er Ja er musste erst das Schweinschlag Wenn er ein 5 Gengemen essen wollte Hat er sich bei seinen Freunden geholt wahrscheinlich Ja genau Und dann ist er doch bei verschiedenen Leuten vorbeigegangen Und hat sich bei verschiedenen Leuten verschiedene Zutaten geholt Natürlich Ja genau Und dann haben sie sich dann noch gerade eingeladen dabei Ja ja Der eine hatte das Weh im Haus Automate-PC Das glauben alle anderes Start Mach das wegspiel 300 5 rechts In don't cut 3 links Macht zu In 4 rechts Fehlblöck Mach das wegspiel Viel Spaß Kirscher Das sind so Scheinwerfer immer noch Was für ein Scheinwerfer Was für ein Scheinwerfer 5 4 3 2 1 Los 300 300 Erstmal warm noch nie Reifen 5 rechts In don't cut 3 links macht zu In 4 rechts In 3 links In 2 rechts Mach zu und zum thema denn es kurz mir geht es geht nicht darum dass die lange etaten haben nur ich will diese karre irgendwann nicht mehr fahren kann ja nicht noch mehr kommen du wenn es eine gut funktionierende karre ist weiß ich auch gerne eine lange etappe in frühen links über kuppe eben 1 rechts lang macht auf in frühe vier links macht auf und macht zu vier links sehr lang 80 also für ein schauer sehe ich davon ja gar nichts ne ich sehe tropfen auf der auf dem bildschirm das war es würde ich das jetzt auf mich nehmen das sind regentropfen die du hast und so ein bisschen regentraffeln für 80 kuppe und voll links 150 sechs links 50 vier rechts macht auf sechs extra lang macht zu über kuppe bei must also das besser jetzt ich stand einmal quer weil ich troppel wieder die handbremse betätigt habe ja natürlich das weiß ich auch aber sagt dass man zwischen sich mein kopf der einfach meint so ey da ist du nutzt die handbremse mal bei der kurve vier links lang macht zu das ist recht in sechs recht lang langsam 30 1 rechts lang macht zu in sechs links in fünf rechts small cut fünf links macht zu nicht so weit an die wands ne autos breit in fünf rechts lang eng 30 vier links macht auf sechs extra lang 30 fünf rechts über kuppe links halten für 30 vier rechts small cut jetzt geht es aber ab hier im radio in drei links macht zu 100 sechs rechts 150 du hast vor ein paar tagen noch eine ganze linge in euch zugefügt glaube ich ne 6 rechts 30 don't cut 3 links macht zu war ganz überrascht dass wir jetzt sogar leute nie drin haben in vier rechts sehr lang macht auf in fünf links lang weil ich meinte in euch verletzt ich glaube ich sogar bei was von denen äh beim äh beim radius kühler halte 30 3 rechts lang lang vielleicht gefiel mir nur der song nicht kann ja auch sein in vier links extra lang macht auf aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr welches die ich damals gepostet hatte in fünf rechts extra lang macht auf in sechs links mein armes auto ich muss aufpassen ja momentan mit dem schaden in sechs rechts lang in vier links extra extra lang macht auf mit die kalten für 30 das gab es damals noch nicht sechs links in fünf rechts extra lang macht zu 100 vier rechts in vier links lang rücken nach zu naja ja kommers schaffst du、 auto ja ja komm, das schaffst du dass der auto in drei rechts in fünf links lang und 50 sechs links hätte ich es vielleicht doch mal testen sollen vorher, naja egal zwei links lang macht zu in drei rechts macht zu überziehe ah dunkel, hammer nee, dass ich nicht mit mir gespielt 50 bis Stopp gut gemacht Centrino hat noch was gespielen jetzt ja, ich habe aber unglücklich, dass er nicht mitspielen konnte heute wie hat sich das Auto in dieser WPA gefühlt? möchtest du eine nächste Serviceänderung am Setup vornehmen? fand ich auch schade, aber ja, was willst du machen? gut ist ein Centrino in der Welt nee, das wissen wir noch gar nicht, ne? doch doch, der war letztes Mal ja da der war ja vor allem wegen Dirt in den Clan gekommen ach ja, ja, jetzt, äh, ja der ist ja auch mit VR-Brille am Start ja, jetzt, jetzt, wo du es wieder sagst, ja ja gut, bei mir war das erste, wo ich ihn erlebt habe, HP2, ja gut na gut, wenn er mit VR-Brille am Start ist, dann wird er wahrscheinlich gut sein na, muss nicht muss nichts heißen bei Reinhard stecke ich auch ohne Probleme in den Taschen, der hat auch eine VR-Brille ja gut, aber der war erst zweimal dabei, glaube ich, oder? ja, war schon ein paar Mal mehr dabei ja? ja, ja ja, ja so selten nun auch nicht selten, aber nicht so selten, wie du es jetzt gerade gesagt hast ach ja oh, Gott sei Dank das letzte Rennen mit diesem Scheiß-Ding ja, vier Kilometer muss man durchhalten, das arme Teil um 18.09 wieder nass oder trocken 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 ja, vielleicht hätte man doch Trockenreifen nehmen sollen ging ja nicht ganz so schlecht zu funktionieren aus ich habe dir doch gesagt, dass, äh, wir nur einmal nass haben nein, darum geht es nicht beim letzten Mal waren die Trockenreifen bei Nässe komplett unfahrbar das war absoluter Scheiß war wohl nicht mehr anders Start 50, 6 links 30 2 rechts Macht auf 6 lang viel Glück 5 4 3 2 1 los 50 6 links 30 3 rechts Macht auf 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 rechts lang, Macht auf über Kuppe, 30, 4 links, in 5 rechts, in 3 links, Macht auf 6, extra lang, 30, links halten, in 2 rechts lang, in 6 links, in 3 rechts lang, Macht auf, in 6 links, extra extra lang, Macht auf 4, rechts halten, für 50, 3 links, Macht auf, in 4 rechts, 30, 1 links lang, Macht auf, in 1 rechts, in 1 rechts, in 1 rechts, in 2 links, in 3 rechts, bis Stopp, . An sich, sind's nur 6 Sekunden, ich finde ich den Abstand. Waren die Reifen in dieser Wertungsprüfung okay? Als man nicht wusste's? Juhu, die Ziele geschafft! Es war die Leitplanke! Ja. Aber egal, heute ist mir eh alles egal. Also, dass ich die meisten rennen verliere, ist wirklich, aber dass es wirklich alle sind... Lied ist nicht dabei. Wie kam es eigentlich, Kirsche, dass ich irgendwann sehr weit vor dir war? Ja, ich habe schon Reifen über Last abgeworfen und so. Okay. Dann geht's ja. Jetzt halte ich noch bei dem Arscher an. Und dann war es halt eben ein brüßtes Gas und es dreht einfach die ganze Zeit nur durch, weil ein Reifen halt so einstellig in Luft hängt. Ich habe das Event trotzdem gewonnen, Kirsche. Ja, darauf habe ich jetzt gar nicht geguckt, ich hatte eher auf CD geachtet. Eventzeit 37,48 habe ich und Kirsche hat 40,06, 38. Wann siehst du das denn? Musst du warten, bis wir bei der ersten Zeit... Eventergebnisse sind... Ja, genau. Da steht das dann. Ausgezeichnet. Jetzt können sie das Auto einfach mal direkt einschrotzen. Ja. Die fragen sich, warum... Warum arbeiten wir mit dem? Kein Wunder, das ist überall Henbleck. Siehst du, wie lang das ist, wie breit das Ding ist, Alter. Jetzt könntest du es meinetwegen schön einschmelzen und daraus den McLaren F1-Eleven bauen. Das ist auch zu sagen. Das ist auch zu sagen. Weiß ja nicht, dass man mit dem Rallye fahren muss. Details! Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.